Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Persona 5, The Royal. Wir sind im Schuhgebäude, verhalte dich wie ein braver Schüler, wir gib dich aufs Dach. Dach ist verboten, verhalte dich wie ein braver. Haru, jetzt schon? Sanftmühliger Lehrer, danke, dass du dich um die Pflanzen kümmerst. Reife Drittjahrschülerin, oh kein Problem, hoffentlich bekomme ich das hin. Du bist eine große Hilfe. Oh, ich werde dich schon zum Dach für dich aufschließen, das wird viel Arbeit, aber du schaffst das. Gut, ich gebe mein Bestes und werde sie mir später ansehen. Sie ist auch ein Charakter, der noch später im Spielverlauf kommt. Das sind halt Sachen, ich weiß halt, wie das das blöde ist, ich weiß halt, das sind die Sachen damals schon passiert, oder? Es gab zuletzt zu viele Unfälle in letzter Zeit. Wieso soll ich früh aufstehen, wenn die U-Bahn sowieso zu spät ist? Du meinst, Unfälle wie mit dem Zugführer, oder? Und jetzt sah ich sein Bild, sein Gesicht war Matsch. Und einige Eltern waren auch in der U-Bahn und schweben jetzt in Lebensgefahr. Das ist eigentlich zu leichtgläubig. Das ist so geil, Mann. Ich meine, normalerweise lernst du dich später erst irgendwann kennen, aber dass du dich vorher schon mal irgendwo im Ding triffst, hätte ich nicht gedacht. Hey, war das nicht Sakamoto-Senpai? Ich sah ihn die Treppe hochgehen. Sicher hat er jemanden hochgelockt, damit er ihn vermöbeln kann. Du meinst, du bist letztes Jahr beim Leichtathletik-Training? Das soll ja echt krass gewesen sein. Halt dich von ihm fern, wir sind gerade in dieser Oberschule gekommen. Ich bin zu jung zum Sterben. Wollen wir das noch? Ne, mit denen hatte ich es gerade, oder? Ach, egal. Hast du den Neuen gesehen, über den alle reden? Wie sieht er aus, fies? Nein, er sieht eigentlich ganz normal aus. Er versteckt sicher sein wahres Selbst. Ich werde mich nicht mit ihm anlegen. Ja, ich werde erst ganz anders, wenn er durchdreht. Ich habe gehört, dass er fast jemanden umgebracht hat. Warte mal, wie komme ich jetzt aufs Dach? Hä? Ah, war der da hinten? Steht zwar da, dass das Bedrehen verboten ist, aber die Tür ist anscheinend nicht abgesperrt. Haben wir auch gerade mitbekommen, warum? Weil die Haru sich da oben um die Dinger kümmert. Woher weißt du das? Ich habe das. Ich habe das. Ja, das ist ja sicher. Aber ich habe sie gesehen. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe gesagt, dass es ein Vorbilder. Ich habe das Wissen. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht so gut verlete. Ich habe glaube ich, dass es nicht so gut ist. Ich habe das. Verstehung. Was war das? Was war das? Ich habe das, was die Welt zu verleten, die sich verleten. Es ist nicht so ein夢, oder? Es ist auch du, oder? Na ja... Was ist denn so? Es ist so ein夢, oder? Ich habe mich für Kamoshida geholfen, oder? Alles klar, ich sage es dir. Aber ich glaube, ich habe es gesehen. Ich weiß nicht, aber ich habe eine Wahrheit. Der Typ für Vorhinein? Ja, ich habe eine gute Mosa-Mosa-Altame. Ich bin ein Mann mit einem Schild. Ich bin ein Mann, aber ich bin ein Medallist. Ich bin schon wieder in den ganzen Weltkrieg, so ich kann auch niemand sagen. Das ist das Kamosida-Kamoshida-Kamoshida-Kamoshida-Kamoshida, oder? Das ist so ein Realer, oder? Ich will das wieder gehen. Es ist ein Schwimmel, Schwimmel! Ich werde das Schwimmel! Ich habe es nicht verletzt, aber ich werde es Ende von uns. Aber ich glaube, wir sind so ähnlich. Ich glaube, wir sind so ähnlich. Ich bin Sakamoto-Ryuji. Wenn du siehst, dann schau dich auf. Dann. Ich gehe für heute nach Hause. Oh ja, jetzt müssen wir uns vom Sakura noch aufs Dach geben lassen. Oh oh. Ah, Soshiro. Ich habe vergessen, wie er heißt. Tut mir leid. Ja. Oh, wie war's das? Na, wo ist die Karte? Ich muss 30 Minuten gehen. Was bist du da? Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm, komm. Das ist nicht. Das ist ein Mann. Ich bin nur ein Mann. Ich bin nur ein Mann. Du hast dich zu holen und dann weg. Aber jetzt sind wir raus. Das ist einfach nur ein Mann. Ja, dann ab ins Bett. Ich bin total müde vielleicht, weil so viele komische Sachen passiert sind. Schlafen. Wir kommen ja erst später irgendwie noch ein paar Sachen machen. Ich habe es endlich aufgeteilt. Halt, Herr Schu-Jun! Meine Kräfte? Wie meinst du das? Mit der Universe Navigator? Ja. Halt, Herr Schu-Jun! Es ist Zeit. 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 Soll ich ihn aufwecken? Es ist Zeit. 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 Untertitelung der 해줍 Ich habe dazu eine Frage. Ich habe mich im Bruder gesehen. Ich bin ein 2 Jahre alteser Studenten. Ich bin ja ein Jahr. Ich muss zugeben, ich habe gedacht, dass man die schon so früh sehen. Was habt ihr schon zu labern? Regen macht mich trübsinnig. Melancholische Schülerin. Ich glaube, heute spielen wir Volleyball im Sportunerricht. Laura ist Schülerin. Ich freue mich nicht darauf. Warum muss ich immer selben Team wie Takamaki sein? Ist sie nicht zu viel beschäftigt, da mit Supermodel zu sein, um in die Oberschule zu gehen? Das dachte ich mir auch, aber wir können sie nicht wegschicken. Du weißt schon, Kamushida. Ist so doof, mit ihr zu reden. Ich wünschte, sie würde einfach nicht mehr zur Schule kommen. Wenn ich sowas schon wieder höre, ey. Ich steige mit der Kiege, ey. Was? Was? Wer hat was gelesen? Ach, mir egal. Schulangehörig. Was war das für ein Schloss? Ich heiße Ushimaru und bin euer Sozialkundelehrer. Ich bringe euch die Regeln der Gesellschaft bei. Im Wunderricht. Aha. Ihr seht alle aus, als werdet ihr verwöhnt worden. Mal sehen, wer mich am meisten enttäuscht. Ein bestimmtes Wörterbuch definiert ein Jahr als Periode von 350 Enttäuschungen. Der Titel ist so zynisch wie sein Inhalt. Es ist das Teufels Wörterbuch von Ambrose Biers. Hey, neuer. Sagen wir was. Das Teufels Wörterbuch ist Hauptgrund für den menschlichen Vorschlag anführen. Das Teufels Wörterbuch ist Hauptgrund für den menschlichen Fortschritt anführen. Was soll ich das wissen, ey? Mach mich nicht fertig. Intelligenz? Oh, ja, hätte ich mir denken können. Die richtige Antwort lauten Übeltäter oder Bösewicht. Nicht vergessen. Natürlich können Bösewichte den Geschichtsverlauf beeinflussen, aber das ist nur boshafte Witzelei. Hier in der realen Welt bringen Bösewichte die Menschen nicht voran. Ey, Menschheit nicht voran. Sie sorgen nur für Chaos und Verderben. Ich schätze, sie lernt wirklich kein bisschen für die Schule. Wir sollten uns von entfernen haben. Scheiße, der Lehrer sieht zu uns. Ich weiß, dass ihr alle die Berichte über diese Unruhestifte gehört habt. Wir haben keinen Platz für Verbrecher. Nicht in der Schule, nicht in der Gesellschaft. Ist das klar? Jetzt fängt es natürlich wieder an, dass wir anfangen müssen zu lernen, was diese ganzen Dinger machen. Weil wenn wir die schaffen, kriegen wir Bonus auf unsere Attribute. Es gibt Attribute in dem Spiel, wo uns dann mit der Geschichte von anderen Charakteren fortbringen. Zum Beispiel muss man, um mit der Makoto, also mit einem späteren Charakter, eine Bandelei anzufangen. Angeblich ist eine erstaunliche Erstlösering gekommen. Intelligenz hochbringen. Da musst du halt lernen und alles Mögliche. Wow, das Mädchen mit der Schleife ist krass dünn, ist die im ersten Jahr. Der Verbrecher und der Einsatzschüler kommen zusammen an. Oh, oh. Überfälle, Erpressung, Drogen. Hat der Typ alles schon gemacht? Was zur Hölle? Angeblich hat der immer ein Messer dabei. Hey, es ist eine Machete, ja? Das ist was anderes wie ein Messer. Meine Panzerfaust darf ich ja nicht mit reinbringen. Oh, du bist ein Messer. Ich bin sehr, sehr viel in die Krankenhäuser. Ich bin sehr froh, aber es ist nicht so, was ich. Ihr könntest nur in der Arbeit machen, wenn es ein Schiff ist, oder? Ich habe mich überrascht. Oh, ja, du musst du mit der alten Kultusen fragen, ach. Du bist so, wenn du dich im Kultusen bist, dann kannst du dich. Vielen Dank. Ich bitte Sie. Willst du mich überfallen? Was ist los? Was jetzt? Ryuchi scheint in Ordnung zu sein. Ich sollte wohl einfach mitmachen. Ja, das ist ein wenig doof manchmal oder wegen schwer vom Begriff, aber sonst ist es echt cool drauf. Vielleicht. Wenn du so sagst, habe ich auch keine Ahnung. Okay, das ist hier. Du bist hier und hier. Vielleicht. Vielleicht. Wenn du so sagst, habe ich auch keine Ahnung. Wenn du so sagst, habe ich auch keine Ahnung. Okay, das ist hier. Wenn du so sagst, habe ich etwas. Wenn du so sagst, habe ich auch keine Ahnung. Wenn du so sagst, habe ich auch keine Ahnung. Ich hätte mir einfach tanken. Ich habe mich nicht erlebt, dass mein Besuch fällt. Ich meine aber auch nicht. Ich habe mich nicht mitgemacht. Ich habe mich mitgemacht. Ich habe mich nicht mitgemacht. Und jetzt. Ich sehe mich nicht damit. Schon wieder. Was ist das, was wir als kleiner denken? Na? Das sieht man auf dem Handy noch. Das habe ich auch geschafft. Aber das war nicht so. Hm? Ein Handy? Na! Soll ich dir das, du hast einen Tag wie ein Navi gelegt. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, ob ich ein Handy aus dem Handy habe. Ich weiß nicht, ob ich ein Handy habe, oder? Ich weiß nicht, ob ich das Handy habe. Was ist das? Süßes Logo, oder? Ich kann sie nicht löschen. Was ist das? Eine falsche App. Oh, das ist das! Das ist das Handy, oder? Ich weiß nicht, ob ich das Handy habe. Oh, ich bin so ein Mensch, oder? Ich habe das. Aber ich weiß nicht. Ich mache das. Ich mache das. Kamosher. Schuzen学園. Schuzen. 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 Ich mache das. Ich habe das. Ich habe das. Schuzen. Ich mache das. Schuzen. 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 Was ist das? Was ist das für heute? Ich hab' das wieder geblieben. Was ist denn das? Was ist denn das? Und... Das... 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 Nicht übel, oder? Was ist denn das? Was ist denn das? Ich hab' das nicht gewusst. Hey! Ich hab' das nicht gewusst. Ich hab' das nicht gewusst. Wenn der Schadow plötzlich herausfiel und sich hier und schon so ausfiel, wenn ich mich nicht mehr so ausfiel, dann kommt es wieder von Schöben. Ich glaube, es ist ein Kind. Wo ist das hier? Das ist die Schule, oder? Ich glaube. Das ist ein Land. Das ist ein Land. Aber ich glaube, ich glaube, das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Was ist das Kamosida? Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich nicht. Das ist ein Kind... Das ist ein Kind. Wenn das ein Kind... Das ist ein Kind. Ich bin ein Kind. Nein, du ist einfach ein Kind! Ich habe mich gesehen, das nachher nochmals einmal beachtungen. Das ist ein Kind. Das ist unser Kind. Das ist unser Kind, der Kamoshida von Kamoshida. Das ist nicht das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ich habe heute geholfen. Ich werde das Wichtigste. Was ist das Wichtigste? Ryujin? Was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste? Das ist das Wichtigste. Was ist das und das Wichtigste? Was ist das Wichtigste? Hey, Monamono! Das ist Morrgana. Das ist dieses Wichtigste. Ich weiß nicht, was du das auf deinem Mann? Ich geh mal zurück. Gehen wir? Nein, ich kann es nicht informieren. Sie können auch gleich kommen. Gehen wir. Das ist die Entscheidung. Was ist das? Warte. Okay, das ist gut. Gehen wir zu meinem Freund. Komm schon an. Hier ist die Fluss. Hier ist es... Ich habe es ausgedeckt. Oh, das ist ein Flugzeug. Das ist grundsätzlich der Reaktion. Reaktion? Ich weiß nicht. Ich bin sicher, was ich nicht so. Ich habe ein neues Leben verletzt, aber ich bin froh. Ich bin froh, aber er hat mich zu machen. Aber ich bin froh, dass ich mich sehr interessiert habe. Das Gleiche ist. Dankeschön. Ich bin froh, dass ich mich nicht mehr liebsten. Ja, ist doch selbstverständlich. Altes Schloss Zentraler Saal. Ja, das ist ein ganz unheimliches Ort. Okay, aber ich werde es mit meiner Freundin an den Anruf. Wir rennen. Klar, ich muss mir in den Hauptsaal gehen, da wo dann die meisten Gegner sind. Ah, so ist Redelevel. Hey, hier sind wir vorbeigekommen, als wir von vornherein kamen. Was zum... Ich habe gerade doppelt gesehen oder so. War das Schutschill? Ich habe es dir doch gesagt, das hier ist eure Schule. Trotzdem haben wir keine Zeit, hier rumzustehen. Wer weiß, wann wieder ein Schattenauftrag. Los, hier entlang. Das ist das Rennen von Morgana. Altes Schloss unterirdisches Gefängnis. Durchs Gehen, das sieht man dich auch überhaupt nicht. Das ist das Rennen. Ich werde nur hier mit dem Kuss von der Kuss von der Kuss. Hör auf den Kopf. Der Grund, der Kuss wird immer noch nicht in den Kuss. Es wird möglich, dass der敵 von der Kuss aus dem Kuss. Der Kuss ist in der Kuss von dem Kuss. Der Kuss ist der Kuss. Er wird ihn verletzt. Wenn man sich in den Kuss erfolgt, dann wird er immer noch nicht in den Kuss. Das ist ein Schuss. Wenn du genug bist, erscheint ein rotes Symbol. Wenn du dich, ohne bemerkt zu werden, von hinten an den Gegner anschleichst, erscheint das Überfallsymbol. Greif an, um beim Gervin vom Vortrag zu sein. Von hinten aus der Führungskammerung, oder? Okay! Entstanden! Du bist draußen, ja. Du hast keine Person benutzt, oder? Na, geht's! Schau! Überfall! Ach, das Spiel ist einfach so stylisch, Mann. Level 4. Also vom ganzen Style her, gefällt es mir einfach. Das war damals schon echt geil, und es hat sich bis heute nicht geendet. Ich scheisse auch nicht! Du hast es nicht genauer, wie es jemand? Du hast ja schon vorher nicht gesehen, oder? Du hast ja schon gehört! есь woher bist du? Du hast du dir schnauert, wie du bist? Entschuldigung! Ja, genau. Ich glaube, dass du in der Nähe, in diesem Ort ist... Du hast du verabschiedet... Du hast es verabschiedelt... Das ist gut, dass die Behandlung aufgerichtet werden. Es ist ein sehr vieles. Wenn ich jetzt nicht so sehe, bin ich es sehr gut. Hey, in die Wohnung. Ich werde es überlegen. Was ist das, was ich? Daher kann ich nicht hier sein. Ich weiß nicht, warum? Ich weiß nicht, dass es nur hier ist. Ich weiß nicht, dass es hier ist. Ich weiß nicht, dass es hier ist. Das ist ein Kurs? Das ist das, was ich. Hier ist ein weiteres Einzelnen, der 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 Kamoschida-Konchida-Konchida-Konchida. Das ist ein Kamoschida-Konchida-Konchida-Konchida-Konchida-Konchida. Ich weiß nicht, wie es das Welt der Erleuchtbarkeit ist. Ich bin der Pallas für die Paläste. Pallas? Ich bin so, dass ich das Haus in der Schule bin. Ich habe nur gedacht, dass ich das Haus bin. Hahaha! Ich bin so, dass ich das Haus bin. Ich bin so, dass ich das Haus bin. Ich bin so, dass ich das Haus bin. Ich weiß nicht, was ich da war, aber ich weiß nicht, was ich hier verletze. Ich weiß nicht, was ich hier drinste. Ich weiß nicht, was ich? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich in diesem Weltraum. Ich weiß nicht, was ich nicht wissen. Es ist ein Problem. In Paläis wird es kein Problem, wie es sich in Paläis fühlt. Es ist ein Problem, dass die Schule so schön ist. Es ist ein Problem, dass es ein starkes Wettbewerb ist. Es ist die Situation, dass es die Wettbewerb ist. Ah, das ist ein Problem! Es ist ein Mensch! Ich weiß nicht, dass du dich interessiert. Was ist das, was du? Es ist ein Mensch. Es ist ein Mensch. Es ist ein Mensch. Es ist ein Mensch! Es ist ein Mensch! Das ist... Ich habe die wirkliche姿. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber ich weiß, dass ich die neuen Weg zurückkennen kann. Ich habe auch die Möglichkeit, die hierher unterrichtet. Ich habe auch die Einladung durch. Es ist ein Mensch. Ich habe mich gebeten, bei uns. Ich werde es mir leidens. Ein Film? Ich habe keine Angst. Soll das nicht. Wenn du gehst, dann gehst du schnell. Tschin-Gin, du kannst du auch deine Kraft geben. Was? Ich habe keine Arbeit für dich. Ich dachte, ob du es? Ich habe mich mit dir genommen. Das Modell-Gang. Ich habe keine Geräusche. Aber ich weiß nicht, was ich? Das ist ein Spiel. Aber ich weiß nicht, was ich wirklich realistisch. Ich habe auch noch einen Schleuch. 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 Wie geht's das? Ich habe auch schon gesagt, dass ich es so gemacht habe. Okay. Wenn ich mich bereit habe, ich werde wiederholen, ich werde wiederholen. Chakiv und Medikament Schutzräume In einem Schutzraum kannst du dich mit deinem Teammitglied absprechen und durch Drücken von Optionen deinen Fortschritt speichern. Im Palasteingang kannst du auch speichern. Okay, dann speichern wir doch mal ab und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Persona 5, Sir Royale. Macht's gut und Servus.